Uns ist aufgefallen, dass es im Außen wirklich immer wilder gerade wird und viele Menschen gesundheitlich darauf reagieren mit Stresssymptomatiken, Schlafstörungen, chronischen Schmerzen, chronischen Magen-Darm-Problemen, vielen mehr und zusätzlich, dass sich das Ganze bis ins Alter reinzieht. Das gehört schon fast zum normalen Ton im Alter, wirklich Schmerzen zu haben, im Alter Medikamente zu brauchen, im Alter nicht mehr so vital und fröhlich eigentlich sein Leben zu begehen, sondern eher beschwerlich. Und uns ist es da sehr wichtig, dass es eben bei bestmöglicher Gesundheit möglich ist zu altern und auch noch bei bestmöglicher Lebensqualität. Und dafür haben wir unsere einfach Gesund-Lounge ins Leben gerufen. Ja, das ist ein Treffpunkt, ein virtueller, wo es ganz klar darum geht, eigenverantwortlich seine Gesundheit zu stärken. Wir bieten Monat für Monat ein neues spannendes Thema an und es ist wirklich so schön zu sehen, dass in diesem Austausch von wirklich tollen Frauen ganz viele Impulse und Inspirationen kommen, wie du eben ganz eigenverantwortlich deine Gesundheit bestmöglich stärken kannst. Und zwar mit ganz einfachen Alltagstipps leicht umzusetzen, weil vieles ist ja schon da. Wir meinen immer, wir müssten irgendwas neu machen, wir müssten immer alles neu erfinden. Aber gerade in Gesundheitssachen sind häufig die Dinge ja die besten, die wir schon auch lange kennen. Genau. Und darin tauschen wir uns aus. Richtig. Wenn du dabei sein willst, deswegen sitzen wir hier auch gerade auf unseren Matten und haben gerade ein tolles Video aufgenommen für eben unsere einfach Gesund-Lounge. Es geht nämlich im nächsten Monat um das Thema Körperwahrnehmung. Und da haben wir dann noch ein bisschen Bewegung mit drin gehabt. Dann haben wir ganz bald das Thema Jahreskreisfeste. Dann haben wir im Sommer noch ein tolles Thema wieder Meditation in Bewegung. Also du siehst schon, wir wollen einfach deinen Alltag gesünder machen und dich einfach ganz einfach mit ganz viel Freude zu deiner eigenen Gesundheitsexpertin. Genau. Und lachen tun wir sowieso ohne Ende da drin. Und lachen ist gesund und lachen macht fröhlich und lachen macht vital. Wir laden dich ein, sei dabei. Wir verlinken die Lounge hier unter diesem Video und ja, komm einfach vorbei. Wir freuen uns.